hallo liebe rambazomber tv freunde recht herzlich willkommen zu einem neuen video deal mit dem richtigen alex der andere alex ist ja auch der richtige alex aber ich bin der andere richtige alex herzlich willkommen mittendrin statt zwöl dabei ich habe ein bisschen ausgesetzt warum ich war auf der messe und ein paar tage auch mal urlaub und jetzt geht es wieder los mit einem mega deal von lumineo einem top markenhersteller wird ganz viel in holland vertrieben und die holländer bekanntlich für ihre schönen blumen und ihre schönen garten oder einen schönen garten solar leuchten sechs stunden minimum brenndauer warm weiß ist auch immer wichtig nicht dieses krankenhaus weiß großes solarpanel schöne led das ganze fast einen halben meter hoch in zwei formen so haben wir das ganze mal ausgepackt schwarz metall metall piekse keine plastik piekse die schon beim reinstecken in die erde irgendwie abbrechen das problem kennt jeder das ganze ist mit überzogen allwetter beständig guckt man das große panel dabei an ausschalter alles mit dabei und wir lassen das ganze mal leuchten so sieht es aus kann man sehen wie groß das ist kann man sehen lassen sie mal leuchten ich glaube die sind schon angeschaltet schau mal kann man das sehen wie schön hell die sind das also ein richtig ordentliches helles licht weil es soll ja auch eine wegleuchte sein oder um die terrasse oder auf dem balkon in die blumenkübel da kann man schön machen deswegen haben wir gesagt wir machen ein vierer set die sind auch immer so gemischt zweimal oval zweimal so ein bisschen was ist das hier quadratische form nenne ich jetzt mal ich mache das licht wieder mal an hier vorne also richtig schön gehen auch von alleine aus von alleine wieder an also richtig schick guck sie dir an also das ist mal ein toller deal wir posten unten drunter beziehungsweise in den anderen fotos die da noch dabei sind die wir immer unten drunter machen oder in unserer app www ramba zamba deal.de oder in unserer kostenlosen ramba zamba app alle bilder drin was die teile gekostet haben sie haben 15 gekostet pro lampe dass der original verkaufspreis jetzt sind sie reduziert billigste online was haben wir gefunden wir lassen 9 euro noch was 9 euro noch was aber mal 9 euro 9 18 18 und 18 gibt 36 und was machen wir wir machen mal locker schlappe noch mal 50 prozent rabatt also 18 euro 18 euro die hälfte nicht 36 reduzierter preis guck bitte online ebay amazon guck bitte bei uns die hälfte 50 prozent rabatt oben und hinten vorne klicken und den mega led deal abgrasen 18 euro